Sein großer Name sei geheiligt. Für immer und immer. Ich bin schwanger. Kind, das ist so schön. Meine Gedanken rasen nicht mit der Geschwindigkeit. Die Damen, die bei mir versprochen hat, nein. Und sie kochen auch nicht von dankbarer Unersättlichkeit. Du willst ihn nicht wirklich heiraten, oder? In einem Moment war sie so vertraut, dass er ihr Stimme in sich drin hüllen konnte. Und dann so fern, dass die plötzliche Einsamkeit, die in jede Zelle seines Körpers eintrat, physisch schmerzte und ihn wirkte wie das Bewusstsein über den eigenen Tod. Hamlet will die Welt verstehen, aber alles, was er tun kann, ist sie anzuschlagen. Hamlet und Ophelia sind die zwei Enden der Welt.